Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Sofort und gleich. Jonathan, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt ihr auch mal auf Abonnieren. Direkt daneben auf das Glöckchen und dann auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video laden. Zudem könnt ihr gerne mal einen Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glocke! So Leute, wir gehen in den... joa, in Rush House wieder. Jaaaaaa! Wir fangen gleich, dann haben wir erstmal Freeboxes. Okay, und dann hier auch nochmal eine Freebox. So, wir haben unseren Commander wiederführenden mit. Oder zwei? Für einen Match unter zwei, genau. Juhu. So, so, oder? Was kann ich hier von upgraden, was mir das bringt? Das hier bringt mir nichts. Mir bringt er von gar nichts. Also, ich würde sagen, ich komme bei den Silberliga, gleich kommt nicht in die Silberliga. Und dann starten wir einfach. Du... Was denn? Ich versuche es. Ich versuche es ja die letzten... Also, bis ich, wenn ich fertig bin, dann ist die Folge auch fertig. Das heißt, wenn ich dann sage, wenn es das gefallen hat, dann lass mir den Daumen nach oben. Nein! Mach so und dann darf er gleich gar nichts mehr machen. Nein, das zählt nicht. Doch, dann ist die Folge fertig. Nein, du deine, wenn du deine Folge hast, dann eine Thron und die nach mir voll bekommst, dann ist es vorbei. Ja, das zählt nicht. Das zählt aber mal sowas von. Halt alles hoch, halt alles hoch, macht das Blatt, macht das Blatt, macht das andere Ding da oben. Ich krieg ja gar kein Gold diesmal dafür. Okay, das ist gut gelaufen eigentlich. Nein, da ist ja noch einer. Mein, ähm, mein Kommandor ist Robert tot. Meiner noch nicht, aber, äh, auch viel Leben, ja, die Hälfte, 60% Leben hat er noch ungefähr. Ja, ja, cool, kannst du ja noch mal benutzen, Leute. Vielleicht. Ich nicht mehr. 30% guck, das dauert. Sieben Minuten. Ja. Du kannst ja sogar noch mal benutzen. Siehst du das nicht hören? Das ist super. Hast du reichern? Ja, natürlich. Natürlich, also ob das so selbstverständliches bei dir. So, das gefällt mir überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da hat sieben Verteidigungen. Da bin ich halt noch nicht, leider. Was bei sieben Verteidigung hast du auch? Nein, habe ich nicht. Du kannst auch nicht verteidigen. Nein, ich habe fünf Verteidigungen. Sieben. Ich kann nur fünf. Fünf plus zwei bei, erst werden beim nächsten Headquarter. Nein, ich habe doch sie. Ich habe doch auch sieben. Hä? Du bist. Ja. Ich habe drei Steine geholt. Was ein Wunder. Geht er gleich? Hm. Mach das Ding da. Ich habe drei Steine geholt. Ach, schön. Mach das. Alter. Der rattert einfach mal so ganz kurz. Das Ding ist total schlecht. Rattert einfach mal ganz kurz mein Laser runter. Der ist schlecht. Außer für die Kleid. Wenn du die Gards hast, ist der schlecht. Ich habe das nicht. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist nächstes Headquarter. Wieso man das schaffen? Geht das? Wird du auch nicht angreifen, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Ich habe eine Rare Box. Was? Was? Ich war so. Du hast noch drei Kies? Ja. Mann, warum? Hä? Wie hast du drei Kies noch? Wie, wie habe ich noch drei Kies? Warum hast du nur noch drei Kies? Ja, weil ich so gleich am Anfang hier, die eine Kiste aufmachen konnte. ich am ersten menschen ja und dann war habe ich schon drei sterne oben drauf gehabt das heißt ich habe noch zwei matches zweidings folge so das sieht eigentlich wenn ich jetzt hier nicht irgendwas übersehen sieht das eigentlich ganz gut aus drei sterne so der pitcher mach mal was so und das noch und dann komme ich jetzt in dem nächsten kampf in dieser liga okay nächste kam ich mir fehlt noch ein stern wie viel hast du 567 so nächstes match mit drei sternen abgeschlossen kommen nicht richtig ist gegen die gas kann gar nichts machen gegen das stehen einfach da und weiß gar nichts was sie tun ist ja gut wenn es nie gab wenn die gas direkt davor sind ja aber umgekehrt ballert das ding rattert das einfach alles runter da haben wir denn nicht wieder kein gold mit zu holen hier in der stelle einstein ich bin bei selber genau bei selber ich kann jetzt gucken ich muss mich jetzt noch mal ist ja schön dass du bei silber bist 20 prozent karts das heißt das 20 prozent plus 20 prozent karts und gold mehr karten also in den aus den trittunen das ist sehr gut ja was ja gleich hast du wieder bist du noch nicht in silber gleich nein bin ich noch nicht das tut man bei echt leute ich sag mal so deine wette hast du verdorben ja das heißt du musst jetzt alle dann in welchen tonen epic das hat das haben wir ja nicht gewählt so schon wieder drei sterne seltsamerweise heute läuft es irgendwie besser als gestern gestern habe ich ja nur schrott gehabt ja gut das ist ja eigentlich normal das ist jetzt was außergewöhnliches jetzt habe ich nein es ist genau umgekehrt nein es ist genau umgekehrt nein doch kann ich so den mr besucher kann ich jetzt auch noch mal upgraden so drei stände dass man gedacht so zack und silber das quad ich habe eine kiste geöffnet also wenn ich mit dem kämpfer weitermachen kriege ich meinen commander nicht mehr rein bevor die runde vorbei ist hier wie viele kies hast du ja das ist nicht mehr viel ich habe noch zwei ich muss mich jetzt anhalten damit ich muss mich anhalten dann habe ich gleich ein problem sehr gut ausgeschaltet den tonus weg also gegen den laser ist diese scheiß getlingern ultra brutal das ist richtig der laser hat gegen die überhaupt keine chance das ist unglaublich drei ständer zwei leider nur weil den einen deal das ding kriege ich schon gut das habe ich noch ein key bei dir was machst du wieso warum bist du so viel schneller alter laber kein käse ziel kein zeug man soll ich erzählen kein solch aber wo er hat den hieling ist wenn es bei gewährleistet warum jetzt verliebt ist weil bei den hielings berger ist hat ihr danke dafür das zählt jetzt nicht als einsteller ist einstern geholt habe sorry aber das kann sein doch doch packt das games soll das kann sein aber es ist ein hielings berlin wenn man vermisst mich werben wo ich fast anscheinend trotzdem noch drei sterne ich meine wie soll ich auch keine drei stände erschaffen ich heiße nicht gleich oder du bist ja so einer sieben warum du bist ja wer das falsch schon mach jetzt das ding da und macht das die noch immer zwei ständer und das ding da und macht das ding da und wie viel hast du auch 575 trofälen auch gleich halter das kann nicht sein dass ich an so einer kack verteidigung verwecken also halt ein einzigen stern habe ich nur was aber dann durchschnitt gold und das alles gut zwölf sekunden naja gut aber dann komme ich doch noch dazu den commander einzusetzen toll ja vielleicht nicht vielleicht sondern sicher ich will gerne brauchst du denn noch ich brauche zwei ich bin absolut kein dorf welche sich angreifen können das sieht besser aus die sind so schlecht ich raste aus die sind so aus sie sind so schlecht was macht ihr denn was kann wie können was dämlich sie haben die verloren ja das verstehe ich teilweise bei mir auch nicht ich habe auch mein kommentar gar nicht mehr drauf geachtet ja so siehst du hast du nicht darauf geachtet und dann siehst du plötzlich die spielen so dämlich manchmal aber absolut das ist einfach nur an fucking fassbar keine beleidigung das ist keine beleidigung das ist einfach ein fakt nee das ist eine beleidigung und das ist gut und nein da hat die weg wieso laserst du denn so weg alter ich checks einfach nicht ne ich checks einfach nicht wie dieses spiel hier sind funktioniert wie da die die kai funktioniert da ist keine kai dahinter das ist einfach nur unfassbar es ist wie fühlt sich anständig nur sein dürfen zu bekommen ja ja ich habe schon die drei ständer ich will ja ist ja schön für dich und fertig ja ist ja schön für dich sehr schön für dich noch eine common box warum kriege ich eigentlich silber 1 tun ich bin silber 3 ich krieg sie bei 1 drohen bin aber silber 1 silber 3 hast du gesagt ja aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da dran die silber 1 tun ich bin fertig ja ist ja schön für dich also konnte heute schon nicht mal nicht mehr silber erreichen das tut mir jetzt aber leider gleich also wirklich als ob ich dir das glauben soll das kann alter ich raste noch aus ich raste noch aus ich raste noch aus so unfassbar schlecht sind die so unfassbar schlecht was soll man denn mit sorgen ich glaube ich muss wieder meine alte aufstellung nehmen das ist ja hier deine schrott schrott aufstellung da die einfach nichts kann hier schrott aufstellung kann nix 43 xp kann ich mach es bringen so wir greifen noch einmal an während er gleich klingt ich schalte dabei seine letzte truhe zusammen zu bekommen das ist einfach unfassbar ich kann jetzt einfach mein erstes dorf an damit ich ja genau gleichzeitig fertig weil mit der gleich war der gleiche video einstern oder das ist unfassbar ich ahne was ich ahne was weil der schießt jetzt wieder auf das gebäude und kriegt jetzt in einem hit ab und naja wenigstens zwei sterne hast du wieder eine zustande holt wenigstens mal jetzt habe ich wie es meiner box zusammen meine ich habe eine box zusammen okay also dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert unseren video kostenlos wenn ich verpasst ja joint unserer gilde sofort und gleich bis dahin ich habe 614 bis dahin und